Willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Hallo. Wir bauen gerade die Halle, wo Theoden drin ist. Nur ist er nicht drin. Ja, okay, im Pin. Und wir sind mittlerweile bei der letzten Tüte, Nummer 9. Oh nein, dann sind wir damit ja auch fast fertig. Ja, genau. Und dann wollen wir uns da hier mal ververständigen. Das ist weg. So. Ähm. Stefft wieder her. Ich zoome euch wieder ran, dass ihr... Oh, wir sind gar nicht rausgesungen. Na ja, gut. Dann habt ihr die Begrüßung jetzt ausnahmsweise nur mit unseren Händen. Ist ja okay. Da müsst ihr dann mal mit klarkommen. Einmal mit klarkommen. Oh. Oh Gott. Wir sind professionell oder beruflich unterwegs. Das muss die Uni posten, ey. Ja, mein Titel des Tages. Ja. Genau. Ich bin dann mal gespannt, wie das dann ohne Facebook-Werte zukommt. Mhm. Ja, das wird ungewohnt für dich, oder? Für eine Zeit lang. Für eine Zeit, aber nach einer Zeit. Aber nach einer Zeit und mit der Zeit. Hey! Ja! Wir reißen alles ab. Hey, was geht ab? Jetzt kommt der Stabilität rein. Wo kommt der hin? Wollen wir erst mal... Der, der eine kommt ja noch hin. Na gut, dass ich jetzt erst wenn ich hier drauf kriege. Da. Der kommt ja. Ach, da. Ja, ja, danke. Danke, danke. Okay, danke. Huuuh. Da kommt bestimmt noch mal so ein Ring drauf, oder? Ja, schon dabei, ne? Kommt ein Dreier rein. Habe ich jetzt auch gesehen. Da ist er. Da ist er und sagt nichts. Nee, der spricht nicht mit dir hin. Genau. Ein Vierer. Und was hast du vor? In den Grauen Vierer noch? Welche? Ach, da, bei dir, ja, ja. Ja, die Umrandung. Ansonsten bist du schon fertig. Ja, die Umrandung. Ich komm jetzt erst. Bei mir sieht's gut aus. Du kommst jetzt erst. Nee, das ist gar nichts. Muss man aufpassen, was man hier macht. 2,2, ja? Habe ich schon, da? Ja, da kommt ja noch mal 2,2. Komm noch mal, hier. Danke. Gerne. Kann ja schon mal hier. Ja, kannst du. Die Seite. Ja, kannst, kannst, kannst. Ja, bei dir muss man sich auch mal absprechen. Ach, Quatsch. Wir hauen uns gegenseitig alles auf die Kürze und wissen, was aber los ist. Der mit den meisten Schmerzen darf weiterfahren. Genau. So als Benono. Ähm, ja. Ja, was darf denn gesucht werden? Denkt man, dass da auch noch was liegen? Ja, das Problem ist, das liegt nicht. Was musst du denn? Jetzt fehlt auch wieder der eine. Nein, nein, nicht im Ernst. Doch, wirklich. Ist noch was in der Tüte? Toll. Ja, ist ja nicht schlimm. Doch, das wäre schon schlimm hier. Nein, ist nicht schlimm. Wirklich nicht. Das fährt nicht auf. Ist halt noch ein Kanonenloch. Genau. Das mit dem Grün hat sich aufgeklärt, ne? Deshalb brauchen wir ihn gleich noch. Das mit dem Grün hat sich aufgeklärt. Das ist der eine tatsächlich nicht. Passiert. Ähm, wo ist der? Ich weiß nicht. Kannst dafür nicht so einen Runden da reinsetzen? Geht auch. Ja. Ja, den Runden brauchen wir ja auch noch. Wo willst du das wissen? Weiß. Das ist noch gar nicht raus. Und falls wir den Runden brauchen, dann fehlt halt da der eine. Ja. Also das kommt jetzt... Genau. Ja, aber es geht, ne? Muss nicht unbedingt noch. Wie gesagt, fände ich auch. Also wenn ihr nochmal irgendwo findest, kannst du nur noch... Oh, was ist das denn? Ja, das wird... Ach, das sind diese Teile. Mhm. Hä, wie sind die denn dann? So. Ach, so. Jetzt seh ich das erst. Diese Konstruktion kenn ich auch noch nicht. Nee, kennst du noch nicht. Einer fehlt aber noch. Da. Ja, jetzt kommt Stabilität. Jetzt sagst du schon, seit drei Folgen hätte ich... Stabilität. Bisher ist nix stabil. So, warte, die fehlen hier noch. Ah, ja, stimmt. Die sind in drin. Hier so, ne? Die kommen quasi da oben nochmal drauf. Genau. Die kommen nochmal oben drauf. So Stabilität. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Nee, diesmal war ich... Und hier fehlt noch ein grauer Zweier. Ein normaler ist das, ne? Ein normaler. Okay. Ich weiß wahrscheinlich nicht abgeflogen. Jetzt kommt ein bisschen Stabilität. Stabilität. Ja, ich hab ein Stabilitätspakt mit Lego. So, von wegen Wirtschaftskrise 2014. Oh. Ja, das ist mit der ECB nicht so schön. Was denn? Ja, die überlegen ja immer noch, diese Stadt allein zu kaufen. Und, wo ist das Problem? Tja. Das ist sozusagen Finanzierung des Staates richtig hinten rum. Natürlich, ob sie die Zinsen jetzt so holen oder anders. So, ist doch wirklich nur bezahlen dürfen wir jetzt. Wo sie die Zinsen jetzt herholen, ist auch wirklich egal. Echt Scheiße. Ob sie es jetzt direkt machen? Ich find das übrigens auch interessant, dass jeder das coole Gebäude geliked hat, was ich gepostet hab. Und keiner mal gefragt hat, was das denn für ein Haus ist. Welches Gebäude hast du im Gebäude? Facebook. Diesen hohen Turn. Wo ich sag, das ist meine neue Heimat. Ach so. Ja, genau. Deine neue Heimat. Genau, richtig. Habe ich auch gelangt. Das ist der neue Sitz von der EZB. Aha. Die sitzen da drin, die Schweinehunde. Schönen Gruß an der Stelle. Ich komm der nächste Mal mit einer Bombe vorbei und die Drogen könnte ernst nehmen. Nein. Nein. Wir sind ganz harmlos. Wir kommen nur mit einem Messer. Scheiße. Nenn uns einer rein. Ach, das wird hier so reingeklaxt. Das wird reingeklaxt. Das wird der Übergang zu der Balustrade. Dann gehst du hier so runter, bevor du es wieder abknackst. So, jetzt kommen die. Na, aber wie gesagt, ob sich der Staat jetzt Geld leitet und die zahlen dafür Zinsen. Oder die haben halt Staatsanleihen und kriegen dafür Zinsen. Das finde ich nur scheiße, weißt du? Kannst du ja auch machen. Kannst du ja auch Staatsanleihen kaufen. Ja, schon. Aber? Kannst halt wenig Zins in so einem Fall, ne? Und wenn zahlst du überall nur dran. Ja. Stichwort Commerzbahn. Ab drei Millen hast du das nachsehen. Ich meine, gut, die muss man aber erstmal haben. Ich meine, gut, die muss man aber erstmal haben. Doch, das ist... Ja, doch. Kannst man zwei erreichen. Ja, dann kommen zwei daneben. Aufpassen, was ich hier mache. Sonst übersehe ich die Hälfte. Doch, der kommt da. Kommt der da nach hinten oder nicht? Doch, ne? Ja. Da kommt so ein Ding. Ja. Und dann kommt so ein Stein. Hier genau so. Genau. Okay. Die vier Beilen bei Nexter. Ja gut, dann mache ich die Burschen hier. Ich mache schon mal die Seite. Und keiner findet die Steine, die er braucht. Doch, doch. Ich finde die. Ich finde alles. Ich habe gestern den Trailer zu Terminator 5 gesehen. Ja, der ist ja jetzt online. Genau. Ich finde den reichlich konfus. So Teilen. Ach so. Wie dieses Vergangenheit und Zukunftsgeschichten und dann Sarah Connor und, 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 und der, der dann in die Vergangenheit geschickt wird. Das sind so vertauschte Rollen auf einmal, wenn man die ersten zwei Teile kennt. Ja. Bist du fertig? So mit dem hier? Mhm. Ernsthaft? Wo ist der grüne Stein? Er ist nicht da. Nein. Das darf nicht wahr sein. Ernsthaft? Ernsthaft. Das wäre dann, ja, das war dann der, den wir wohl geklaut haben wahrscheinlich. Okay. Den Rest hast du? Den haben wir geklaut schon. Hast du jetzt? Geklebt ihr schon? Ja, geklebt hast du dich schon. Weißt du, was ich richtig schlimm fand in dem Trailer? Mach mal. Die Stimme von Arnold. Die passt ja überhaupt nicht zu ihm. Weiß ich ja nicht. Ich hab den. Ach so, hast du ja nicht. Ich dachte. Interessier mich ja dafür nicht. Ach, was heißt interessieren? Angucken werde ich ihn mir schon mal, aber jetzt so riesen Fan. Die ersten zwei Teile fand ich richtig gut, ja. Ich hab das nicht verfolgt. Hab ich noch was, was wir gucken können? Ist nicht so meins. Ist nicht so meins. Ich muss auch in der Regel gucken. Nein, das interessiert mich auch mal. Einfach, um mal mitreden zu können. Geh mich auch ganz auf und zu. Wollte ich schon sagen, ich zwinge dich ja nicht. Das sagt er jetzt nicht. Ich fesse ihn und dann muss er dich angucken. So sieht's aus. Oh, hier ist irgendwas schiefgelaufen. So. Oder was ist das hier? Kommt da noch ein Dreier drauf? Ja sicher. Deswegen passt das nicht. Ach, der bleibt frei, ne? Und ein Zweier kommt dann noch? Mhm. Okay. Ja. Schon gedacht, dass ich irgendwas übersehen darf. So, dann kommt hier noch einer. Aha. Und hier noch. Aha. Und dann sind wir, die Bogen hast du noch nicht dran. Ne, die Bogen habe ich noch nicht. Aber den Rest haben wir. Ja. Genau das. Sieht gut aus. Ja. Sieht sehr gut aus. Ey. Achso, du hast da auch schon eingekreit. Pass mal auf, ey. So, die Flagge. Komm du mal nach Hause. Hat die reinvolle der Farben eine Bedeutung? Ähm, ja, Gondor und, ähm, es gibt ja Gondor und Rohan. Und Rohan ist eben gelb-grün. Achso, ich dachte irgendwie, wenn du jetzt schon zwei ansprichst, dass der eine steht über dem anderen. Ne, ne. Das sind zwei verschiedene, reiche. Okay. Weil die andere Fahne genauso ist. Ja, genau. Könnte man da auch Ideen kommen, jetzt. Ähm, du wolltest die Flagge machen, ne? Ich mach die. Ja, dann guck ich mir das da vorne mal an. Da ist aber noch was. Ja, ja, mach du das mal. Ich mach da vorne schon mal. Sonst kommen wir das gleich wieder ins Gehege. Ja, okay. Ja, okay. So, einmal Schnick, einmal Schnäck, nochmal Schnäck, nochmal Schnäck, nochmal Schnäck. Da drauf. Ja, das wird die. Ach, das ist nur noch zwei. Ah, das sieht aus wie eine Orgel oder so. Ich denke mal, die kommt da so hin. Ne, die kommt da genau ein dahin. Genau in die Ege. Oh, Entschuldigung. In die Ege. Ege. Ja, das brauchst du ja grad. Viermal und dann nur wieder am flacher. Genau. Hm. Kommt da was zu. Ah, das ist wieder geklebt. Genau. Schön. Das wird der Thron. Der Thron. So, das kommt in die andere Ecke. Ege. Ey Gott. Viermal. Ich glaub die Hosen sind da. Richtig. Ah, ich hab's geliebt. Ja, auf jeden Fall. Also nicht, dass die Hosen da sind. Ne, aber der Film ist klasse. Gekotzt wird später. Den fand ich richtig gut. Das war der Beste, fand ich. Von alle schon. Ich kann gar keinen bevorzugen. Die fehlen noch mal. Ich hab das nur falsch rum drauf gemacht. Achso. Ja, da soll ja auch noch mal einer kommen. Irgendwo. Irgendwas hab ich da genommen. Soll noch. Soll noch. Richtig. Boah, das sieht ja mal stark aus. Hm. Sehr detailverliebke immer. Und jetzt mal drauf einstellen. So, der kommt mitten. Doof, wie sich das gehört für den König. Der Trolle oder so. Nein, das ist König Theodens Thron. Kommt der heilige Kral noch. Entschuldigung, wenn du jetzt gerade mal nichts siehst. Heilige Kral. Zu welcher Zeit spielt Herr der Ringe eigentlich? Ich meine, gut, es spielt in einem anderen Land. Es spielt in einem anderen Land, ja. In einer Fantasiewelt, aber in was für einer Zeit? Eine genaue Zeit wird er nie gesagt. So ungefähr? Weil das macht ja schon so mittelalterlich ein bisschen, ne? Ja, aber es kann ja auch sein, dass du die Sperre hast. Nur auf der Seite noch nicht, ne? Das Schwert hier. Schwert. 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 Ein Stück. Zack. Der kriegt sogar ein Hähnchen. Ja. Als König muss man ja auch speisen, ne? Krass, der hat ein Hähnchen. Warte mal, das will ich mal eben. Die Maus. Als Highlight so. Eine Hähnchenbrust. Eine Keule sozusagen. Die kriegt ja hier sein. Wir drehen das gleich mal rum, dann seht ihr auch, was ihr die ganze Zeit gemacht. Jetzt fehlen noch die Stühle. Das ist jetzt auch zweimal? Ja. Ja, aber es sind nur drei Pümpel, ne? Was hab ich denn noch für den Scheiß gemacht? Eins, zwei, drei, acht brauchst du aber, dann fehlen zwei. Ne, fehlt einer nur. Achso, du hast, äh, du hast vier? Ja. Dann haben wir das halt drei Beiner. Ja. Jetzt sagt nicht, der Graue ist. Der Graue ist übrig. Das kann doch nicht sein. Wie kann das denn angehen? Dann hätten wir doch irgendwo einen grünen. Ja, wieso? Dann tust du den nächstes da rein. Dann tue ich ihn da rein, genau. So, und den stelle ich so, dass der vierte Fuß nicht aufhält. Ich drehe das einmal rum. So. Hier kommt die Landebrücke. Wupp. Und ich würde sagen, wir basteln das zusammen und dann zeigen wir euch das Ganze nochmal kompletto rapido. Mit Sprengung. Ja, mit Sprengung. Die fehlt ja noch. Die will uns Tobias ja noch zeigen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö.